Achtung, wichtiger Hinweis. FreeTooth Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die aktuellen Fallzahlen entnehmen wir aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, der Bundesregierung, dem LGL Bayern, den Gesundheitsämtern sowie Landratsämtern der Regionen, über die wir berichten. Die Zahl der Intensivbelegungen entnehmen wir aus dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle anderen Berichte stammen aus öffentlichen Quellen, mit Transparenz gegen Fake News. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Und wer unseren Kanal und unsere Tätigkeit unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube oder Odyssey. Ich sage herzlichen Dank hierzu im Voraus. Ja und bleibt mit uns in Kontakt, kommt zu uns in die Telegram-Gruppe. Ihr findet uns auch auf Facebook oder schreibt uns eine E-Mail free-truth-media-at-gmx.de und unsere täglichen Filme sowie Sondersendungen findet ihr auf der Plattform Odyssey und unsere Live-Übertragung, die findet ihr bei D-Live. Hallo zusammen, es ist Montag, der 25. Oktober. Herzlich Willkommen hier bei Free Truth Media und natürlich auch in dieser Woche wie gewohnt für euch. Die aktuellen Corona-Fallzahlen und wir beginnen wie gewohnt mit der Gesamtübersicht Deutschland. Positiv getestet in den letzten 24 Stunden laut dem Robert-Koch-Institut 6.573 Personen und gesundet in den letzten 24 Stunden 8.800 Personen. Verstorben an oder mit Covid-19 in den letzten 24 Stunden in Gesamtdeutschland 17 Personen. Und hospitalisiert heute stand 17 nur 1.676 Personen, die an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen und dort auch versorgt werden. Ja und somit heute tagesaktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland 162.400. Im Prozent liegen wir bei 0,19 Prozent, heißt 99,81 Prozent. Alle Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Die 7-Tage-Inzidenz für Deutschland liegt bei 110,1 und der 7-Tage-Ehrwert liegt bei 1,17. Ja und wir schauen weiter nach Bayern. Positiv getestet in den letzten 24 Stunden laut dem Robert-Koch-Institut 2.100 Personen und gesundet in den letzten 24 Stunden 2.000 Personen. Verstorben an oder mit Covid-19 in den letzten 24 Stunden in Gesamtbayern laut dem Robert-Koch-Institut eine Person. Und hospitalisiert heute stand 17 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister 338 Personen, die an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen und dort auch versorgt werden. Ja und somit heute tagesaktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern 39.500. In Prozent liegen wir bei 0,30 Prozent, 99,70 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz für Bayern liegt bei 179,1. Natürlich auch diese Woche wieder der Blick ins Dashboard des Robert-Koch-Instituts, was Bayern betrifft. Und dagegen überstellen wir auch in dieser Woche euch wieder die Zahlen des LGL in Bayern zur Verfügung. Ja und hier wird heute gemeldet, Robert-Koch-Institut 2.100 neue positive PCR-Tests. In Bayern aber tatsächlich sind es in den letzten 24 Stunden 1.433, denn wir haben heute in Bayern 929 Nachmeldungen und 40 Löschungen der Fallzahlen. Von wann die Nachmeldungen wieder genau sind, ihr wisst, das können wir nicht so genau eruieren. Und auch bei den Personen, die an oder mit Covid-19 verstorben sind, meldet das Robert-Koch-Institut eine Person. Und tatsächlich ist es keine Person, denn heute auch haben wir hier eine Nachmeldung. Ja, soviel wieder die Gegenüberstellung der beiden Zahlen. Und wir schauen noch auf die Belegung der Intensivstationen. Heute am 25. Oktober, Stand 17 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister, der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Und da liegen wir heute in Bayern bei 11,0% und im Nachbarland Baden-Württemberg bei 10,1%. Ja, das waren die Zahlen zusammengefasst für Montag, den 25. Oktober. Und wir schauen zusammen in die Meldungen. Ja, ihr Lieben, und ich habe mir fest vorgenommen, heute mit euch zusammen ein bisschen langsamer in die Woche zu starten. Denn am Wochenende war viel los und natürlich auch heute wieder die Tickermeldungen. Wir schauen mal, was wir für euch zusammen gefunden haben. Ja, die Europäische Arzneimittelagentur EMA prüft die Zulassung des US-Medikaments Molnipiravir. Jetzt ist es soweit, die Europäische Arzneimittelagentur prüft die Zulassung vom US-Pharmakonzern Merk & Co. Es geht ums Präparat Molnipiravir zur Behandlung von erwachsenen Covid-19-Patienten. Und Molnipiravir ist ein antivirales Medikament in Pilliform, das von Merk & Co. zusammen mit Richback Biotherapeutics entwickelt wurde. Wir hatten euch das schon mal vorgestellt hier in der Sendung. Und Ergebnisse einer Studie hatten ergeben, dass Molnipiravir bei infizierten Patienten das Risiko der Krankenhauseinlieferung oder ein tödliches Krankheit, einen tödlichen Krankheitsverlauf halbiert. Sind wir mal gespannt, wann hier eventuell eine Zulassung kommt. Auf alle Fälle läuft hier auch mal die Prüfung wieder so als Alternative für den Impfstoff. Ja, und Moderna strebt jetzt auch die neue Zielgruppe Kinder an. Nämlich Moderna strebt nach positiven Studienergebnissen eine Zulassung seines Covid-19-Impfstoffs zum Einsatz bei Kindern an. In der Phase 2 und 3 Studie mit Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren sei das Vakzin gut vertragen worden und habe eine starke Immunantwort erzeugt, teilt der US-Biotech-Konzern mit. Und Moderna wolle die Daten in Kürze bei den amerikanischen und europäischen Arzneimittelbehörden vorlegen. Und so wie in der Studie wurden eben bei den Kindern je 50 Mikrogramm verabreicht, halb so viel wie bei der Dosis für die Erwachsenen. Das kann man aus der Studie entnehmen und zu den häufigsten Nebenwirkungen zählten Müdigkeit, Kopfschmerzen, Fieber und Schmerzen an der Injektionsstelle. Und für den Einsatz ab 12 Jahren ist der Impfstoff in der EU ja bereits freigegeben. Also auch hier der Angriff auf die neue Zielgruppe. Und es geht jetzt richtig schnell voran in den USA, denn in den USA könnten bald Kindern ab 5 Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Impfstoffe für 5- bis 11-Jährige werden sehr wahrscheinlich in der 1. oder in der 2. Novemberwoche zur Verfügung stehen, wie der Gesundheitsexperte und medizinische Berater des US-Präsidenten Anthony Fauzi gegenüber dem Sender ABC sagt. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist neun Daten zufolge bei Kindern dieser Altersgruppe zu fast 91% wirksam und gegen eine symptomatische Erkrankung. Wie der Sender weiter berichtet, will die US-Arzneimittelbehörde FDA am Dienstag über die Zulassung des Impfstoffs für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren beraten. Und bislang ist das Vakzin nur für über 12-Jährige zugelassen. Also da kann sich morgen schon einiges tun bei der Impfung für Kinder ab 5. Und ja, es gibt was Neues von den Intensivmedizinern. Denn der Intensivmediziner der Ove Janssen warnt angesichts weiter hoher Corona-Infektionszahlen vor Personalknappheit auf den Intensivstationen. Die Lage ist tatsächlich so, dass wir im Vergleich zu noch vor Monaten deutlich weniger Intensivbetten zur Verfügung haben. Warum? Nicht weil sie weg sind, weil wir das Pflegepersonal nicht mehr haben, sagt der frühere Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Wir haben große Sorgen, dass wir noch weitere Betten, das heißt wahrscheinlich sperren müssen, so der Mediziner. Und dabei kämen jetzt ab Herbst noch andere respiratorische Erkrankungen wie die Influenza dazu. Und in dieser Gemeinlage zu sagen, es wäre jetzt genügend Schutz da, ist nicht korrekt. Also die Betten sind da, es Personal fehlt. Genau wie vor Corona und während Corona, es hat sich hier nicht viel geändert. Und die Ampeln und die Warnstufen gehen so langsam in Richtung Farbwechsel, wenn man das heute mal so sehen will. Ja, und es gibt eine neue Studie und zwar von der Uni in Duisburg-Essen. Und es wird ja immer viel über die Sterbezahlen gesprochen. Waren die jetzt im Pandemiejahr 2020 erhöht, haben wir eine Übersterblichkeit gehabt und so weiter. Und die Studie ist sehr, sehr interessant. Ich habe es im Original noch nicht ganz durchgelesen. Ich werde es morgen noch in die Sendung mit reinnehmen. Dann könnt ihr auch den Original-Link mal verfolgen und euch die Studie durchlesen. Ich hoffe, dass sie ganz öffentlich gemacht werden kann. Denn die Sterblichkeit in Deutschland ist trotz Corona gesunken. Das sind die neuesten Erkenntnisse dieser Studie. Duisburg-Forscher der Uni Duisburg-Essen haben die Mortalitätsrate 2020 mit der der Vorjahre verglichen. Das Ergebnis überrascht, denn trotz steigender Todeszahlen ergab die Untersuchung eine Untersterblichkeit. Ja, wie kamen die da drauf? Ich überspringe das Ganze, was jetzt hier RP gemeldet hat. Denn das Ergebnis steht im scheinbaren Widerspruch zu den Daten des Statistischen Bundesamtes, wonach ja 2020 mehr Menschen gestorben sind als im Schnitt der Vorjahre. Und diese reinen Nettozahlen der Todesfälle reichen jedoch laut den Forschern der Uni Duisburg-Essen nicht aus. Bei deren Untersuchungen wurden auch die steigende Zahl der älteren Menschen berücksichtigt, die laut Studie auch ohne Pandemie zu einer höheren Sterblichkeit geführt hätte. Also das, was man schon immer gesagt hat, dass man nicht nur rein die Sterbezahlen sehen kann, sondern eben auch das Anwachsen der Altersstufen, also dass die Menschen älter werden und deswegen auch die Sterbezahlen beeinträchtigt sein könnten. Das haben die jetzt genau in ihrer Studie untersucht und sind zu dem genauen Ergebnis gekommen, dass wir eben im Pandemiejahr 2020 keine Übersterblichkeit hatten. Geht es nach der reinen Sterblichkeit, scheint Deutschland vergleichsweise gut auf das Coronavirus reagiert zu haben. Und die Analyse ergab sogar eine Untersterblichkeit von 2,4%, während in Schweden eine leichte 3% und in Spanien 14,8% eine deutliche Übersterblichkeit für das Jahr 2020 zu verzeichnen war. Und wurde eine eventuell steigende Lebenserwartung bei den Ergebnissen mit berücksichtigt, war die Sterblichkeitsrate in Deutschland immer noch nahe an dem auch ohne Pandemie zu erwartenden Wert. Er hat also ganz neue und spannende Erkenntnisse und die Studie zeigt aber auch, dass vor Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 die Sterblichkeitsraten in allen drei Ländern unter der in den Vorjahren lagen und während der ersten Welle stieg die Sterblichkeit in Spanien und Schweden deutlich an und bei der zweiten Welle zum Jahresende dann auch in Deutschland. Wir sind gespannt, wie die ganze Studie ausschaut. Und die Gründe für die etwa gleichbleibende Sterblichkeit in Deutschland könnte laut den Forschern unterschiedliche Gründe haben. So sank beispielsweise die Zahl der Verkehrstoten deutlich und es gab aber auch gleichzeitig weniger notwendige Behandlungen wegen Krebserkrankungen und Herzproblemen. Also von daher muss man das genau alles immer in diese Berechnung der Sterbezahlen mit einbeziehen. Wir schauen uns morgen zusammen gemeinsam an. Und ach ja, ein Thema, es ging rauf und runter am Wochenende und auch heute der Fall Joshua Kimmich. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, er hat in einem Interview bei Sky am Wochenende nach dem Bayern-Spiel gesagt, dass er eben noch nicht geimpft ist. Und dann sind überall die Alarmglocken angegangen und er wurde immer noch rauf und runter durch die Medien gescheucht von Interview zu Interview. Jeder hat seine Nase vor die Kamera gehalten und hat ein Statement zu diesem Fußballer abgegeben. Und selbst die Bundesregierung und auch die Grünen haben sich gemeldet. Also man muss sich mal überlegen, da steht ein Sportler im Fernsehen und sagt, Hey, ich bin noch nicht geimpft, weil ich habe einfach noch ein bisschen Bedenken, muss mir das noch anschauen. Und es sind noch so viele Langzeit-Nebenwirkungen, die eventuell kommen könnten. Da bin ich einfach vorsichtig, was ja sein gutes Recht ist. Aber er wird als Vorbildfunktion oder als Vorbildfigur hingestellt. Und deswegen dürfte er sich das laut den Personen, die heute ihre Statements abgegeben haben, nicht erlauben. Vor allem, weil er auch noch eine Initiative mit gegründet hatte, wo es eben um Impfstoff für jedermann ging. Wo er sehr viel Geld gesammelt hat, sodass eben Impfstoffe für alle zugänglich sind, auch in ärmeren Ländern. Und da sagt man jetzt seinen Widerspruch, wenn er selber nicht geimpft ist, aber eben so eine Initiative mit ins Leben ruft. Er selber hat aber dazu gesagt, dass es einfach überall Impfstoff geben soll für diejenigen, die sich einfach impfen lassen möchten. Aber es doch jedem seine Privatentscheidung ist. Und die Grünen sagen dazu, die Grünen wollen sich noch nicht festlegen, ob die Corona-Notlage Ende November auslaufen soll, wie von Gesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagen. Das war heute auch ein Thema. Es gäbe derzeit steigende Inzidenzen und Kinder könnten noch nicht geimpft werden. Und wir müssen diese Situation sehr, sehr ernst nehmen, sagt die bisherige Co-Chefin der grünen Bundestagsfraktion, die Katrin Göring-Eckardt. Es sei zu überlegen, welche Schutzmaßnahmen künftig noch geeignet seien. Und mit Blick auf den ungeimpften Bayern-Fußballstar Joshua Kimmich sagt Göring-Eckardt, bekannte Personen hätten eine besondere Verantwortung. Wir haben gute Impfstoffe. So viel da dazu. Und die Bundesregierung hofft darauf, dass sich Bayern-Profi Joshua Kimmich doch noch impfen lässt. Es gäbe klare und überzeugende Antworten von nationalen und internationalen Experten für Menschen, die Bedenken wegen der Impfung hätten, sagt der Regierungssprecher der Steffen Seibert. Ich hoffe, dass Joshua Kimmich diese Informationen alle nochmal auf sich wirken lässt und sich dann auch vielleicht für die Impfung entscheiden kann. Seibert verwies dabei darauf, dass Kimmich ein Fußballer sei, auf den Millionen schauen. Er hätte damit bei einer Impfung Vorbildwirkung, sagt der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja, und als wäre es nicht noch genug, wer schon alles auf ihn jetzt reintrischt, weil er einfach für sich selber entscheiden möchte, kommt auch noch der Ethikrat vorbei. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates hofft, dass sich Joshua Kimmich doch noch für eine Corona-Impfung entscheidet. Der deutsche Fußball-Nationalspieler des FC Bayern, der seine bisherige Ablehnung mit fehlenden Langzeitstudien begründet, sei einer Falschinformation aufgesessen. Er ist ganz schlecht beraten. Das ist etwas, was sich jetzt nochmal stark verbreitet hat. Und es wäre toll, wenn er seine Plattform genutzt hätte, um sich besser beraten zu lassen, um dann auch in der Hinsicht ein Vorbild zu sein, sagte natürlich die Alena Böcks am Montag bei Sky Sport News HD. Also auch der Ethikrat gibt hier seinen Senf ab und natürlich auch die STIKO. Wen wundert's? Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, nämlich der Thomas Mertens, hat die Bedenken von Fußball-Nationalspieler und Bayern-Profi Joshua Kimmich wegen fehlender Langzeitstudien bei Impfstoffen zurückgewiesen. Joshua Kimmich ist sicher ein ausgewiesener Fachmann in Fragen des Fußballs, aber kein Fachmann in Fragen der Impfung und der Impfstoffe. Und dennoch hat er mit seinen Bedenken einen Problemausdruck verliehen, dass sich das sicher bei manchen Menschen in unserer Gesellschaft so gesehen wird, sagt Mertens. Und neben den Zulassungsstudien wissen wir aus den begleitenden Studien, dass es nur zu einigen Nebenwirkungen gekommen ist, die alle recht kurze Zeit nach der Impfung aufgetreten sind, sagt das STIKO-Chef. Und in der Wissenschaft sei man sich einig, dass spät auftretende Nebenwirkungen nach einer Impfung nicht vorkommen, beziehungsweise eine extrem seltene Rarität bei einzelnen Impfstoffen gewesen sein. So der STIKO-Chef der Herr Mertens zu den Langzeitnebenwirkungen. Also man müsste jetzt alle mal in die persönliche Haftung nehmen und sagen, okay, wenn ihr euch da alle so sicher seid, haftet ihr ab morgen mit Haus und Hof privat, mit allem, was euch gehört. Und dann wollten wir doch mal sehen, wie viele Menschen immer noch genau diese Aussagen so verbreiten würden, wie jetzt hier der Herr Mertens. Und ich erinnere da nur an den Schweinegrippe-Impfstoff. Da hatten wir auch lange nicht von Nebenwirkungen gesprochen und plötzlich waren sie dann da. Ja, und was gibt es noch? Überall Corona. Nein, nicht überall, sondern über Corona will der Harbert beim Dinner diesmal nicht reden. Ich habe es genannt, Harbert und Tour. Ja, er war mal wieder, ja, er hat sich mal wieder unter das Volk gemischt, denn Deutschlands oberster Richter Steffen Harbert trifft sich zum Abendessen mit CDU-Politikern. und Unternehmern. Das Thema Kanzler-Dinner wird nur kurz gestreift. Erledigt ist das Thema allerdings noch nicht. Ihr wisst, da gibt es ja eben diese Aufruhr, dass er sich mit dem Bundestag und mit dem Bundestagsabgeordneten und der Frau Merkel getroffen hat und eben über Coronavirus gesprochen hat, wo ja er so unabhängig sein müsste von eben Politik und auch von der Wirtschaft, um einfach hier gerechte Urteile zu fällen. Aber jetzt sitzt er wieder mit Politikern und Unternehmern zusammen und man kann doch da nicht mehr von der Unabhängigkeit sprechen, wenn ich ehrlich bin. Und die Kreation von Krustentieren und Steinbuttfilet war ein Verspeis. Da erhob sich Steffen Harbert, Stefan Harbert, Entschuldigung, und begab sich hinter das Rednerpult. Er war als Ehrengast zum Dialog Dollenberg gekommen, einem stelllich ein von Politikern, Unternehmern und Juristen im Schwarzwald-Örtchen Bad Peterstahl-Griesbach. Und für den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts war es der erste halböffentliche Auftritt, nachdem er in der vergangenen Woche in den Fokus der Berichterstattungen geraten war, weil er und seine Richterkollegen im Juni auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Dinner im Kanzleramt auch über die Corona-Politik der Regierung gesprochen hatten, stand vorübergehend der Vorwurf der versuchten Einflussnahme im Raum. Eigentlich steht er immer noch im Raum, aber für die ist es schon lange wieder abgehakt, die sagen, der ist nicht beeinflusst gewesen, der ist total unabhängig. Deswegen trifft sich auch so ein hoher Richter mit Wirtschaft und Politik. Na gut, so ist es eben bei uns. Und es kursieren im Netz jetzt gerade so Meldungen über die Stadt Weimar, weil Weimar war bisher, die Stadt Weimar, sehr transparent, was eben die Corona-Fallzahlen und aber eben auch die Personen, die auf der Station, auf der Intensivstation liegen, die dort geimpft oder ungeimpft sind. Und jetzt möchte man das aber ab sofort abstellen, denn es gibt Stimmen eben aus der Stadt, dass man hier diesen Corona-Leugnern und Skeptikern eben keine Grundlage mehr bieten möchte, um dort eben gegen die Impfung Stimmung zu machen. Ich habe heute die Stadt Weimar angeschrieben, ob das denn jetzt wirklich so der Fall ist, dass die nur noch die Zahlen allgemein nennen, aber nicht mehr zwischen geimpft und ungeimpft auf Intensivstationen eben unterscheiden oder berichten darüber. Ich habe bislang noch keine Antwort bekommen. Hier ist ein Artikel aus der Thüringer Allgemeinen eben vom 20.10. Und da schreiben sie das noch ganz genau rein. Das Weimarer Gesundheitsamt meldet 21 neue Infektionen mit SARS-CoV-2 und damit insgesamt 161 Infizierte im Stadtgebiet. Fünf Personen müssen im Klinikum behandelt werden, darunter drei mit vollständigem Impfschutz. Und Weimar befindet sich weiterhin in der Warnstufe 1. Gelb teilt die Stadtverwaltung mit. Die 7-Tage-Inzidenz laut RKI liegt bei 179,37 pro 100.000 Einwohner und im Weimarer Land steigt die Zahl der Infizierten um 3 auf 115 und der Inzidenzwert beträgt 88,7. Also ihr seht, am 20. wurde das von der Stadt noch offiziell herausgegeben, heute nicht mehr, wie viele auf Intensiv sind und wie viele von denen geimpft sind. Und wenn man aber das hier sieht, fünf waren auf Intensivstationen und darunter waren drei mit vollständigem Impfschutz. Tja, darüber ist aber doch mal, darüber sollte man oder kann man sich doch mal Gedanken machen. Wie gesagt, angeschrieben haben wir, wie sie das jetzt in Zukunft mit der Transparenz und auch einfach der Gleichberechtigung der Zahlen handhaben. Wir bleiben dran und sind gespannt. Dann habe ich noch einen Netzfund, den möchte ich euch morgen mit reinnehmen. Der ist ganz spannend. Hier fliegen wir nochmal die Themen durch. Ja, ein Montag und wie gesagt, heute machen wir mal ein bisschen ruhiger, denn wir haben viel vor die Woche. Ihr wisst auch noch, die Aktion, das Volksbegehren Landtag abberufen, ist immer noch in vollem Gange. Also, ich war heute auch unterwegs, habe mir wieder ein paar Wahlbüros angeschaut, muss sagen, lief alles korrekt, immer die Unterlagen waren alle gut und es kommen jetzt eben so die ersten Stimmen heute in den Medien auf, dass es mau war von der Beteiligung her. Aber ich möchte darauf noch gar nichts geben, denn es ist noch nicht vorbei. Es geht noch bis zum 27. kann man sich dort eintragen, Volksbegehren Landtag abberufen in Bayern. Schauen wir mal, was dann danach herauskommt. Und es gibt auch noch die Bustour, der war heute unterwegs, ist, glaube ich, morgen auch nochmal unterwegs, um die Menschen zu informieren, die sich da noch ein bisschen hin und her gerissen fühlen. Aber auf alle Fälle sind wir dann mal auf das Ergebnis in Bayern gespannt, denn noch ist beim Söder und bei den restlichen Politikerinnen und Politiker in Bayern so, dass sie sich sehr bedeckt halten. Und wir schauen mal, wenn dann die Eintragungsfrist vorbei ist, was dann aus München kommt, ob die dann wieder Vollgas geben. Wir schauen mal, denn SPD, FDP und so weiter, die haben sich alle jetzt ein bisschen geäußert, wie das dann eventuell nach der Beendigung der epidemischen Lage mit nationaler Tragweite weitergehen solle. Und ja, in Bayern ist es momentan ein bisschen ruhig. Schauen wir mal, was da noch kommt. Also das waren die Themen zusammengefasst für den Montag. Und jetzt habe ich ein Anliegen an meine Zuschauerinnen und Zuschauer, denn ich möchte euch bitten, mir kurz heute in den Kommentaren oder auch in der Telegram-Gruppe eine Frage zu beantworten. Wann wäre für euch denn die beste Zeit, dass diese Sendung erscheint? Gebt mir da ein bisschen Feedback. Ihr wisst, wir stellen gerade ein bisschen um. Wir arbeiten viel im Hintergrund und versuchen da, ein anderes, neueres, ja, ein neueres Format, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen ein anderes Format zu kreieren in Zukunft. Und dafür wäre es aber auch für uns wichtig zu wissen, wann wäre für euch die beste Zeit, wann der Film erscheint. Weil ich mache den ja natürlich für euch. Und deswegen wäre es mir da sehr hilfreich, wenn ihr mir das heute in die Kommentare schreiben könntet. Und eventuell auch noch Anregungen, was euch mehr interessiert, was euch weniger interessiert, was ihr vielleicht vermisst, was ihr euch wünscht und so weiter. Denn wir möchten es wirklich für euch kreien. Also traut euch, schickt uns eure Anregungen auch über eine E-Mail. Featureofmedia.gmx.de oder schreibt es in die Kommentare oder bei uns in die Telegram-Gruppe. Es ist wichtig, denn ja, wir möchten da jetzt einfach weiterkommen, weitermachen und besser werden und das Ganze natürlich besser machen. Der Live-Talk kommt auch. Ein paar von euch haben es schon entdeckt, als wir unsere kleine Probesendung gemacht haben. Da hat es schon mal ganz gut funktioniert. Mit dem Chat müssen wir noch ein bisschen was umbauen. Ansonsten erwarten da ganz viele neue spannende Sachen noch auf euch und auch auf mich. Ich freue mich auch darauf, auf das alles, was noch kommen wird. Aber jetzt seid ihr mal gefragt, gebt uns eure Meinung und gebt uns euer Feedback. Das würde mich wahnsinnig interessieren heute am Montag. Ich sage danke an alle, die mich unterstützen. Ihr seid natürlich toll. Herzlichen Dank dafür. Und ob das natürlich, ja, es, wie soll ich das sagen? Es ist mein, 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 mein Benzin, mein Diesel, mein Antrieb. Genau. Weil euer Feedback, wenn ihr schreibt, hey, das hat mich aufgebaut oder die Information kannte ich noch gar nicht oder das finde ich super oder damit komme ich über den Tag, dann zeigt es mir, dass das genauso geschätzt wird. Und das ist natürlich für mich dann eben der Antrieb, das Ganze weiterzumachen. Ja, wieder verteilen, liken, kommentieren, aber versachlich konstruktiv. Schaut auch in die Telegram-Gruppe, um ein bisschen mit zu diskutieren, euch auszutauschen, aber auch da versachlich konstruktiv. Und kommt auch auf Alternativplattformen wie Odyssee, falls mal hier wieder was eventuell bei YouTube sein sollte. Ihr wisst es ja. Und jetzt noch der Gedanke zum Schluss. Ich war erschrocken. Ich war erschrocken, was so eine Aussage von einem prominenten Menschen in Deutschland auslöst. Wie über den hergefallen wird, wie sie, also, boah, ja, also ich verstehe es gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mir verstehen ja eh so viele Sachen im Moment nicht. Aber was hier für ein Framing gemacht wird, weil er jetzt sagt, er ist nicht geimpft, Wahnsinn. Unglaublich. Aber da sieht jetzt eventuell auch mal die breitere Masse, wie es jedem Einzelnen da draußen geht, der nicht im Rampenlicht ist, nicht in der Öffentlichkeit und eben auch nicht geimpft ist, wie es demjenigen in seinem Alltag geht, wie er damit zu kämpfen hat, was andere Leute dann eben zu den Personen sagen oder mit welchen Hürden oder mit welchen, gegen welche Mauern er anläuft und kämpfen muss. Das, was eben so immer im Verborgenen ist, weil die Leute sagen ja, wenn jemand nicht geimpft ist, kann er ja trotzdem noch alles tun. Jetzt sieht man mal, was passiert, wenn ein Prominenter sagt, ich bin nicht geimpft, wie der geframed wird. Also das weckt vielleicht noch auch ein paar Menschen auf da draußen, die sagen, ey, aber das kann der doch selber für sich entscheiden. Vor allem nachdem ja auch die geimpften Sportler, wie jetzt sein Trainer eben auch in Quarantäne sitzt, obwohl er doppelt geimpft war. Also es ist ja nicht so, dass die dann alle total safe da drin sind und er wird auch zu einer Spaltung jetzt genommen. Der Kimmichs mir hat aufgefallen in ein paar Interviews, denn die Zuschauer im Stadion in Bayern München, also in München, waren 2G, das heißt also geimpft oder genesen. Und jetzt hat man gesagt, das kann doch nicht sein, dass der Spieler eben nicht geimpft und genesen ist, aber das Publikum muss geimpft und genesen sein. Also da versucht man ihn auch jetzt wieder gegen das auszuspielen. Es ist unglaublich, was da, was überhaupt momentan abläuft, was sonst undenkbar gewesen wäre. Und auch Sportler, da gibt es einen Reporter, einen Reporter von Elffreunde, so ein Fußballmagazin, was der sich erlaubt hat, über den Joshua Kimmich da rauszuhauen als Reporter. Aber ich mir denke, also unglaublich, da müssen wir wirklich in Zukunft dagegen wirken. Und ich habe auch ein bisschen so die Bustour mitverfolgt, natürlich am Wochenende oder auch heute unter Tag. Und da geht es auch immer ein bisschen darum, was ist wichtig in Zukunft. Und wichtig momentan in der Zukunft sind eben Informationen, ungefiltert, ehrliche, sachliche Informationen, nicht gesteuert von irgendwelchen Institutionen, Einrichtungen oder von Geld gesteuert. Das ist, glaube ich, ja, das wird in Zukunft elementar wichtig. Und da möchten wir ein Teil davon sein oder wir arbeiten daran, noch ein besserer Teil davon zu werden. Und deswegen eben meinen Aufruf heute, mir da ein bisschen Hilfestellung zu geben. So, jetzt lehnen wir uns zurück, genießen den Montag. Ich sage danke fürs Zuschauen und wem an dieser Stelle. Hey, bleibt in der Mitte. Wir sind viele, wir werden immer mehr und gemeinsam kommen wir durch diese Zeit. Einverstanden? Danke fürs Zuschauen. Bis morgen hier bei Free Truth Media. Euer Dirk. ? Musik .